Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Fifa 19 mit dem Herrn Vega. Hi, Stadion Nieder. Er spielt mit Ungarn und er spielt mit SJ Earthquake. Ach, Earthquake, cool. Und ich habe die letzten Parts... Was tust du? Ich habe die letzten Parts voll auf die Schnauze bekommen und das muss ich jetzt ändern. Hä? Muss ich ändern. Voll auf die Schnauze? Ja, das war für mich voll auf die Schnauze. Das geht so nicht weiter. Move! Er wieder. Verbiss dich mit dem Scheiß-Effmeter. Ich sage dir, Junge. Er spielt mit amerikanischem Mannschaft. Ey, der ho... Vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen langsamer und ein bisschen ohne Power den Schnellpass. Du dumme Sau. Das hätte er frei zu sein können. Ein Kack hätte sein können. Da ist wieder gleich vielleicht niemand, ich flippe aus. What the fuck? Oh, fuck. Er spielt wieder mit der schlechteren Mannschaft, wie immer. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Die kriegen den Kackball nicht. Abseits. Sorg abseits. Was hat der Typ dann gedeutet, Mann? Ich versteh's. Versteh's. Versteh's nicht. Hauptstoß. War hier gewusst. Länglich. Jetzt mach auch Ausschluss. So muss ich deine Tasten. Ja, das ist typisch. Obwohl es ist halt bei dem Let's Play überhaupt noch nicht getan. Das ist wunderbar. Nein, mocht das nicht. Fuck. Hätte er klappen können. So, dann macht er wieder seinen Behinderten-Konter. So, dann macht er wieder seinen Behinderten-Konter. Danke. Hä? Das war geplant. Genau so war das geplant. Das war nicht geplant. Oh mein Gott, oh mein Gott, Junge. Mach mich nicht schwarz. Du machst auch wieder deinen Konter. Dann scheiß mach ich. Machst wieder den Scheiß mit einigen. Das funktioniert bei FIFA. Nein, sind bei mir nicht. Quatsch. Ich mach gar nichts. Das ist alles nicht geplant. Was ich hier mache. Ich drück nur die Taste. Ich hab keinen Plan, was ich hier drück. Piss dich. Du kannst mich mal. Der ist weg. Abschluss. Na, Ecke. Na, hab ihn operiert vor der Linie. Oh Gott. Was? 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 Ey. Dreckspässe. Er kommt an der Tür. Ja, das ist der Ding. Ey, da kannst du nicht durchkommen. Wie willst du da durchkommen? Mit den Pennern? Was? Oh Gott. Oh Gott. Was? Es ist so ausgeglichen, dass es nicht mehr schlimmer geht, Alter. Ich muss auf Zeit spielen. Also nicht so auf Zeit, wie du denkst, aber ich weiß schon wie auf Zeit. Er muss mit Flang. Er muss mit Flang. Torwart. Mach mich nicht an. Mach mich kein. Und ich mache diesmal keine Pässe mehr. Hä? Was hab ich gewusst, dass du da mit einem Spieler stehst. Hätte er klappt können. Na. War das ich? Ja, den hast du gelöst. Echt jetzt? Was? Bäh. 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 Schön. Komm Baby. Du willst doch, ihr wollt doch auch gewinnen, das tut doch nicht so. Ey, du schwanzloses Kind. Oh mein Gott. Scheiße. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, natürlich. Da wollte ich hin, du Spastiker. Danke. Ich bete irgendwann dafür, dass es eine andere Taste fürs Abnehmen und fürs Schießen gibt. Fürs Abnehmen halt. Irgendeine andere Taste. Wir brauchen mal andere. Weil das ist ne. Nix. Nein, nein, nein. Nimm keinen Schuss. Oh Gott. Torwart. Du musst auf. Alter. Ich hab zwei Schüsse hinten gemacht. So ne Scheiße. Boah, ich dachte schon. Was? Ich dachte schon das Schlimmste. Ich dachte schon das Schlimmste vom Schlimmste ist wieder, ey. Wie es vorbei war. Ja, wie es vorbei war, dachte ich. Et ist schon wieder so weit. Spast, heißt schon wieder. Zum ersten Mal jetzt wieder. Wir haben heute keine Verlängelung, nur. Scheiße. Ich bin so fucking dun. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich das... Das kann ich was bringen. Super. Oh mein Gott. Der... Der Steilpass. Ich... Und hier... Alter wie eng. Wie fucking eng kann ein Tor sein. Okay. Ich hatte schon... Ich hatte beim... Hä? Mach's schon wieder da gleich. Ich hatte beim... Beim 16er hatte ich ja glaube ich auch schon verdammt enge Tore. Aber... Das war auch... Eines von den sehr engen. Hey, was soll die Scheiße jetzt werden? Verpiss dich Junge. Du... Drehst gar nichts durch. Damit das ganz klar ist Kollege Brate. Eigentlich wollte ich den jetzt nicht ganz. Okay. Warte. Warte. Das war super. Da wollte ich auch hin. Hä? Was für hä? Alter. Mach jetzt! Danke. Nein. Wollt schon sagen ey. Ich... Chance des Lebens. Alter. Fuck. Hä? Du hast ihn eh. Oh. Schieß doch zu meinem... Ich bin so ein dummer Affe. Ich bin so ein gestörter. Schreibt jetzt den Hashtag in die Kommentare. Ja dummer Affe. Ist eh klar. Ist eh klar Brate Rino. Shit. Nein. Scheiße. Lasset. Ja ich verliere das glaube ich. Oder? Komm schon Baby. Wir wollen das doch alle. Wir wollen das alle. Wir wollen das alle. Wir wollen das alle. Wir wollen das alle. Wir wollen den verkackten Sieg. Ja. Ja. Sehr gut. Fuck. Das war schlecht. Also die Grätschen passen schon. Wenn ich es mal richtig time und so. Also dann läuft das Ding. Ja natürlich. Oh. Lasset. Also wenn meine Fehlpässe habe ich es leider noch. Das muss ich so gehen. Hä? Das ist jetzt schon. Den habe ich nicht erwischt. Alles klar Junge. Wie schnell bist du? Hä? Den kriegst du nicht. Das gibt es doch alles. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist so lächerlich. Scheiße. Ich hasse es. Du gewinnst eh nur mit 1-0. Das ist 7. Ja. Schupf mich weg. Bitte. Danke. Das ist mir scheißegal wie viele. Ich gewinn. Mir wäre zwar ein 2-0 lieber. Weil es sicherer wäre. Aber okay. Ich weiß nicht. Du musst eine verkackten Flanken machen. Du gewinnst es eh wahrscheinlich. Sag aber niemals nie oder? Ja ich weiß. Dir wären 2-0 lieber. Stimmt's? Ich hätte vorlaufen können. Ich hätte vorlaufen können. Warum bin ich nicht vorgelaufen? Ich dummer Trottel ey. Es wäre alles falsch gewesen. Und ich lauf nicht vor. Ich lauf nicht vor. Scheiße. Ungarn ist. Meine Mannschaft war besser. Kommt mir vor. Äh. Absatz. Safe oder? Hä? Wie? Foul? Ja ich habe ihn folgen. WTF? Ach so! Okay. Das habe ich noch nicht drauf. Das habe ich noch gar nicht drauf. Das war geplant. Move. Ja move. Was? Hä? Hä? Ja das hast du gewinnert. Das hast du gewonnen. Das hast du gewonnen. Ja. Glückwunsch. Sag noch gar nichts alter. Alles klar. Schwein. Danke herzlichen herzlichen herzlichen. 1 zu 0 aber das ist das ist so. Oh mein Gott. Willst du noch was sagen? Gut. Wir hören uns dann. beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann.